Wo kommen die? Hinter uns, da wo wir wegkommen, aus der Richtung. Okay. An der Seite. Drei Stück, drei Stück. Drei, zwei, eins. Ladies and Men! Herzlich willkommen zu Modern Warfare zu Day of the Bay, mit Day und dem Ultra Sven. Das fängt übrigens nicht an zu werden. Wir spielen Warzone, endlich mal Sven, konnte ich eigentlich mal überreden mit mir zu spielen, der wollte vorher nicht. Ich wollte wohl, ich habe so lange dagegen gewehrt, aber jetzt endlich wieder. Es hat einfach nicht funktioniert. Okay, okay. Jetzt geht's los, Sven. Jetzt geht's um Bewusst. Oh mein Gott, Flugzeug. Ja. 150 Leute, spielen Battle Royale gegeneinander, wollen den absoluten Sieg, um von dieser grauenhaften Insel zu fliehen. Wie geil das aber aussieht. Na? Also bei mir sieht's noch geil aus, ich spiele ja auf einer höheren Einstellung. Oh, guck, ist Traumführer, du machst es, ne? So, M drücken. Wie war das? M drücken, okay, unser Kollege will nach Downtown. Alles klar, siehst du. Wollen wir hin? Ja, warte, erst bei 1000, bei 1000. Jetzt. Na Downtown. Ich spiele auch. Okay. Nett hast du. Und dann? Gut. Du kannst mehr, äh, mit C kannst du danach hinein, dass, äh, den Fall schon wieder kamen. Mit C? C! C wie? Achso, C. Christian. Ja, ich hol's mal dahin. So, ich hol's mal dahin. Also, ich hab schon Fallschirm aktiviert, ich bin jetzt, ich bin jetzt schon fast da. Okay, wir gucken, ich werde zum Beispiel Fallschirm Kaps, da kannst du in der Luft so lange schießen, aber dann, äh, da Fallschirm sich nicht wieder automatisch aus, dann musst du direkt wieder den, äh, Kurs vom Boden dann aufmachen, Manuel. Ach du Scheiße. Ich lade sogar bei dem 120er. Oh Gott, links von uns ist auch einer. Ich lade perfekt. Gott bin ich gut. Ich bin ja heute nicht. Okay, ich lade scheiße. Ich lade nicht rein. Oh, oh. Oh, oh. Hier ist okay, hier ist kuck, hier ist. Wo sind denn eine fucking Tür? Tüte, tüte, tüte. Da, okay, da, wo die Mücken sind, als klar bin, die Bank. Bänke sind auch dafür bekannt, äh, okay, einmal Rüstung draufpacken, jetzt hat drei Rüstung. Rüstung muss man nur noch draufpacken, ne? Na, M13, ist okay. Ja, wo ist Rüstung? Äh, äh, bei mir oben ist noch, also ich habe ich aufgenommen, das ist egal, suchte deine eigene P-Mann, ähm, Monie und so Samis. gut ist ganz gut so ist man halt auch das kann der sonne M13 bei mir sogar zwei noch mal Moni sehr gut die wissen wir erstmal nicht mangel das bin im ersten hier wirst du kann nur ein paar ein paar nehmen oder mehr und du hast drei quasi ist aktuell drauf mit dem Start mit zwei das ist so daran diese blauen Dingern also das sind ja drei Striche das heißt das ist drei drauf also eine hast du jetzt gerade selber drauf gepackt wahrscheinlich genau das Geld wenn du einer stirbt kannst du ihn für 4500 Dollar wiederholen also eine Station okay oh ich bin beschossen wo vorhinter mir aus deiner Richtung scheiße what the fuck seht ihr nicht da ach da waren zwei ja ficken oh man oh da ist das scheiße ah gulag 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 Sven gulag gulag bist du schon da ja okay was muss ich jetzt machen du musst warten bis du dran bist das steht oben links wenn du dran bist und dann musst du dann eins gegen eins gegen das Spiel da bist du wieder raus wenn du verlierst bist du dann komplett tot mit einem geworfenen Stein buh wir hören euch mit Stein wir mit Stein werfen da buh buh pui wir hören euch natürlich super schnell dass du gulag zeigenst ne deswegen was du denn bist du schon dran ich bin jetzt dran jetzt ich bin auch jetzt dran wir beide gegeneinander oder was nein es gibt noch mehr Abteilungen fuck hat verloren oh man scheiße komm Sven scheiße verloren okay dann nicht fuck man na gut wir sehen uns dann gleich in der nächste runde wieder wir wollen einfach sehr schnell das gulag zeigen haben das natürlich dann mit Absicht gemacht bis sofort abschauen wo was kann nix ohne zwei Leute warte 15 jetzt direkt falsch da du musst ja auch dahin kommen da 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 also sonst versuchen wir mal na du Janik kann man eigentlich auch Flugzeug und sowas fliegen oder also die Gruppe und so ja das ist ein von blauen okay das ist ja roten Halle das ist ja auch ja und es ist so schnell kaputt sein schmerz oh Gott okay lass mich recht abbiegen das sind so viele Leute ja da so da geht jetzt das sind alle immer so gefühlt nämlich schneller als ich deswegen klappt da keine Bock drauf oh oh ich bin tot wie es arbeiten hey du hast ja es kann nur bezeichnen ja da habe ich mich da habe ich mich mal sterben dafür Tolerung ach du scheiße was habe ich ja hier ich gehe direkt als große Woll das ist ein Quart bei mir scheiße mal ich habe es neiple bekommen man weiß man muss es nicht so weit gut gut wenn ich nicht so benutzen das ist ja das ist aber Adler Auge ja nein das ist okay der Grunde mit so so das ist das ist so schafft es Moni habe ich gerade mitgenommen was sie haben Prozent vergeben du magst da der 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 zahl pro scharfschützen Abschluss ob die Bedeutung die Opern Nessun ist in der Dichtung die Falle Kammer zwei Premierwaffen mit ihm und eine Gäste oder ich hab aber auch bis zum 2 Prozent oder wenn sie an die Elbe sind schon wieder auf dem Zweifel der an die Stimme die Wünste Stimme die Wettbewerke der Kacke hat er nicht ausgedrückt mit einer der Räder das ist klar so abzusehen die Kiste wissen auch nicht ab jetzt noch zwei Stunden bis hier weiter gesprungen das ist auch der Vorbauter vor dir ach so das habe ich nicht gesehen dann muss man die Blankernacht und noch ein Sturmbewerb, falls man noch etwas nee nee, das krieg also man muss noch die anderen Häuser durchgucken, sind wir eigentlich noch in der Zone, ja easy oder 18 Leute, und Sven? ach du kacke okay Automatik ist dann äh, Pistolenmonie, MP7, naja naja hier ist noch eine Skars, Skars ist natürlich nice was piept hier? eine Mine hier ist die Kiste, nice aufgestiegen, Rang 2 bababam lg scheiße was ist, Sven, eine Sekunde im Raum, direkt mit 500 Euro da gecached hast du keine schnelle G ich weiß nicht, welche Sturmgewehr du hast, aber die Skars besser bei der Karten,見estein, oder? Sturmgewehr als kann ich auch bei dir was ist das, das nur kein Sturmgewehr, dass es das kann, wenn es kein und ist nicht S er ist kommuniziert zu gestern, auch mein perfektes Du warst bei mir grad ein bisschen buggy, bist auf eine Stelle rumgelaufen. Lass mich doch. Oh! Oh! Sven! Koppelsklasse gegenüber! Fuck mich hart! Mach was Sven! Ah! Drei gegen eins. Drei gegen eins meinst du wohl. War Drei gegen eins? Ja, zwei waren neben dir. Die kam aus dem Gurrisch gesprungen und einer war vor dir. Gulag! Nice Leute. Bist du dran? Nee, ich bin noch nicht. Oh Sven, du bist gegenüber von mir. Warte, ich werde zu dir. Oh, oh. Dass es geht. Ah! Halt! Ich bin in einer Runde dran, alles klar. Du musst mir sagen wo der ist. Okay, wo bist du? Warte, ich seh dich gar nicht. Okay, da bist du raus. Wer ist? Ich seh dich gar nicht. Links! Geh noch vor dir, links! Ficken! Okay, ich bin dran. Einfach pumpen, einfach schießen. Scheiß auf Ziel. Wow! 43, oh Mann! Lärkt noch nicht. Ich bin so schlecht in sowas, ne? Ja, versächt'n so. Alles klar Leute, Runde drei, wir sehen uns gleich. Da blasst doch rein. Verdammt! Runde drei. Alles klar, wo gehen wir hin? Ich bin ja für... äh... Bunyard. Bunyard? Ja, okay, irgendwie will ich noch Bunyard. Nachtklasse, man bei. Eins... Drei. Frau Roswell. Jawolli. Und wie toll, ne? Du ist achtletisch... Ja, jetzt bin ich im Leben so weit gekommen. Haben Sie da schonst du nicht genug? 6km2 entfernt. Will das nichts halb? Ich bin ihnen so weit. Xu, zu weitู OP. Ach du kacke.. Dann gehe da wieder hin abdrehen wo hin? links, rechts da mit der Götter, diese komischen Garage jetzt ist es besser Garage, alles klar nicht aufs Nacht dein Primärziel ist, dass die alle zu töten Primärziel ist, Sven so Leute, wir werden mal erst das wird besser sein Götter Götter 13 so Geld das ist mein Pistole zu müssen was er die Gebäude wo man einfach aus zweit Hirn besteht, das sind die besten so wird feines gefunden ja er braucht hier Trophy System ja also gut haben wir das haben wir das das ist hier gibt es ganz schön viele Christen ja äh 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 aus dem LMG ich habe es gab ok gut die Stimme wäre nach der Kiste besorgen die 3 mit besserer Qualität nämlich auch neuer Raketen warte das ist wie viele hast du mich erschrocken Entschuldigung 2 2 2 3 2 3 das mit der Rakete fest der das war das ist Moni die so sein sind es gern hier und das ist wenn man es gibt es zu beckern so ein ist da nur mit weiter für das offene felsmann sich uns weil das ist auf der karte angezeigt und jane schüsse ja also wenn jemand schießt ich habe dann das angezeigt wird er hat er sein gut hatte kürtel so was sagt nun nun moni ich hab mir fast gehabt mit einer straße mit einer straße rennt rein ich hätte so viel gedrückt das war nicht so krass das hättest du sehen müssen ich bin einfach aus dem fenster rausgesprungen ich hab's ja gesehen hast du gesehen ja klar war geil oder ja du hast von ihm weggeballt hatte ich habe mir das gegönnt und den rest ich hätte die kippen machen müssen aber warte und sagt er war nicht allein das ist das man es geht so dass er brauchst du bist du einmal ja wie kann man die drohen Prozent ab einmal drücken dann das hat Linke einmal da nehme ich doch gerne meins hat gott selber ich habe glaube ich selber ich habe noch 40 schuss also da passt alles gut ich habe das problem ich habe für die schluss alles gut ich dachte ich hatte gar keine moni dafür ich habe genug alles gut was bist du denn um da kommt er die kürze ich mache kack ich das werden von meister wollen ich bin hier nicht aus ich bin neu hier er hat sich für mich noch mal getestet an der nacht ich kann auf jeden fall also die löschen ich hab mir was gebühren. Das ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Warte. LMG. Mais. Äh, warte. Wie ist die beste? Oh, Moment mal. Dich legendär, die du da fallen gelassen hast. Ich nehme auch lieber die. Die ist halbautomatisch. Hä? Ich weiß ob wieder die Profi sag. Du hast sogar eine legendäre Schaden. Was willst du von mir? Äh, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen... Also, mach dir irgendwie mehr Schaden oder was? Ja, bist du krass. Komm, anscheinend. Ich will nicht fahren. Hehehehe. Weg, weg, weg. Okay, weiter, vollgas. Guuu. Vollgas. Was könnte... Äh, warte. Da geradeaus. Da links. Links. Hier links. Hier links. Okay. Und dann hier schön rechts. Also, okay. Schnellbleiben. Okay. Äh, verlassen. Vielleicht. Gut. Oh. Oh. Hihihihi. Yes. Komm, als wenn du sie immer stresst. Wie nicht. Ah. Neue Kiste. Hallo. Doch, meine. Was denn das ist? Der Aufklärungsdrohne? Na, keine. Wie wird mit dir ein? Oh, was hat der verlassen? Wo wie die Deckung? Ja. Fragen über Fragen. In dem man es. Ja, aber das ist schon 86. Wir sind in der Shop-Kurse. Äh, ich... Ich setze eben... Hier brauchst du noch eine Platte. Ich kann noch eine Kiste. Ja, ne? Rüste? Brauchst du was? Ja, ja. 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 Ich war mit dir eben einer. Ja. Danke dir. Oh Gott. Ich dachte, die Steine hat ja auch noch. Ja, nicht reicht. Immer noch. Oh Mann. Guck mal, der große Gebäude. Ah, hier. Was haben wir noch? Wer findet der Ausrüstungslieferung unterwegs? Okay. Okay. Na, da waren wir nicht. Mach mal die Türen zu jung. Ich bin mit dir. Lass immer die Tür auf. Geh da jetzt nicht hin. Da geht es nicht hin. Geh da jetzt hin. Geh da jetzt hin. Geh da jetzt hin. Raump dürfen. Geh da jetzt hin. Keh. Nicht brauche. Nee, nichts mehr. Guck mal zur Zusammen상의�ern folk. das ist das okay das ist nichts hier noch mal hier ist draußen bis draußen ja ja es gibt quest in dem spiel ja und jetzt hat eine quest bekommen dass uns gehen muss also mich er sieht mich jetzt das team sieht mich jetzt so lange wie es da steht ich habe eine artillerie von oben gestartet hoffentlich klappt hat was klappt was klappt das ist aber zwei minuten das sind die mich nicht mehr die kenne dicke feste belohnung wenn ich stelle aber du kannst mich ja wiederbelebt falls du das überlebst also ich hab die treppe zum augen vorbildungsmacht aber weiß ich nicht was er was das macht ich auch nicht ich glaube das ist einfach so ich denke mal der check wann gegner da sind ob die überhaupt kommen die können aber jetzt nur von hier kommen oder ich schon ja ich wünsche mir jetzt weiter stress ich würde gerne mal verstehst du mich zu erschrecken ich habe zu viel hingeworfen bedrohung stufe 3 ich bin keine bedrohung ich bin lieb und ab also komm easy wieso kriegst du immer die kade du snacker da kann aber noch mehr sein ne ja ich warte ich zeig dir noch ob es nach wohl was noch eben ich laden wenn wir die waffen können was hat er denn oh der hat ein eigenes sturmgewehr mit dabei das ist meist danke bro der taumkassen kristiert hat er ja er hatte ja wir sind noch eine safe song läuft doch das heißt das heißt vor dass es sich hoch getraut hat war ich glaube dass es nicht weil die Gäste sind selten mit dem seltenen Sturm wenn das heißt was weiß nur selten nahe alle Auge heißen ach auch nicht gar gut und hier liegt noch ein ne ebr 14 ok die hat ein visier so aber warten wir noch kurz ne ja hier ist jetzt ja nicht mehr ne ne wir haben sie vereistet brauchst du noch rüstung oder so ich hab noch fünf stück äh ich hab eine dabei okay ich geb den noch paar ja du hast noch zwei dann hast du ja drei ne ja danke schön haben wir beide drei da und es wird sein noch ein bisschen und so jetzt müssen wir uns in den Wettbewerb aber auch zu tun da bin ich aber nicht mehr da bin ich nicht mehr da bin ich nicht mehr ich habe weiter genug Geld um jeweils in anderen wieder zu belegen falls er steht in der Guler das gut wir werden die Kasse noch genug dann würde er kreis habe ich halt sehen äh was hat hier was hat hier oh Gott Kopfgeld ja nice mein Gott Kopfgeld unser Kopfgeld ist Fran der ist nördlich von uns was kann das mal lass ihn machen Fran kommt hierher ok ja da muss ich dir entgegenkommen ah ok ist das gelbe also im gelben Bereich ist das gelbe das ist vollaprozentig im Haus oder ja ich gehe auch mal davon aus dass er noch schnell looted 4.000 Dollar was kann man das geben für guck und noten oh meine oh das war 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 er muss ist der genau und sind sagen so Sveeeen! Ben hinter dir, ben hinter dir! Noch mit die Sau, Mignon! Rechst du mal aus den Schüssel? Da hast du Bällchen rechts nehmen uns. Ja. Aber lass mir die Zungen rein, oh Gott. Okay, hier, das geht nicht auf. Oh oh, Sveen! Schneller! Gas kommt! Gas! Aaaaaaah! Das Gas breitet sich aus! Neue Sicherheitszone gefunden! Hehehehe! Verstecken in Kolfschlisch hätte ich gewonnen jetzt. Boah, willst du rennen, oder? Oh, läuft nur noch. Na, lass doch noch einen. Fällig krass, wie was das aussieht, ne? Was denn? Mit dem Gas! Rechts so richtig sauber noch alles, ne? Okay, Steuerung ist hinlegen. Und links ist einfach alles vergast. Das ist so nice. So wohl, hier ist kein Fran. Der ist bei der Tanke. Du bist jetzt wieder? Achso, die Kopfkarte ist das. Gut. Na ja, alles gut, Sven. Oh! Oh, Scheiße! Alles gut, Sven! Du bist einfach der Fran hinterher. Ja. Kein Stress, Minion. Kein Schüsse? Ja, hinter uns. Direkt hinter uns. Wir haben das Ziel verloren. Dann kriegen wir den Sven, alles gut. Oh Gott, ich bin so unter Stress. Fürs direkten Eingang. Dafür sind aber vielleicht noch Leute drin. Du musst du bedenken, Junge. Du musst du bedenken, Junge. Du musst du bedenken, Junge. Du bist auch richtig. Ach, hier sind wir. Man kennt mich. Kaufferl. Ja, hier hat schon niemand mal versteckt gespielt, hab ich gehört. Oha. Ich bin ja gut, wir laufen direkt auf Schüsse zu. Geh, geh da fort. Das Rechtsteil wird laufen. Geh, geh da fort. Sie sind gerade keiner. Setzt hier lang gelaufen. Eingang, bist draußen. Oh Mann, ja. Ist hier da? Cred, glaub, die wissen, das die da sind. Ja. Oder macht ja nichts. Achta, ja, ja, sessi. 1. ja zweiter auch dauern okay gut aber muss man sagen vorerst genau darauf zu aber aber einiger einer liegt noch einer einer die kinder liegt noch okay wir müssen auf jeden Fall weiter weil die wurden ja auch beschlossen von der anderen Seite das war ja der Problem ja ja mein ich weiß ich weiß jetzt nicht in der Sohn aber kurz Rüstung ballern ein weggesniped Alter wie das hier abgeht das ist ja eine eigentliche Drohne da war ja nix dann wir haben ja noch kurz Zeit aber ich seh so viel rote Punkte auf der Karte ne? ja mach ja nix zu okay weiter es ist noch 25 übrig 25 noch zu in die letzten was hier lang? ich weiß nicht wo einer? ja wir laufen direkt drauf zu quasi ab in die Sicherheitszone das ist ja um es wird ab leck klickverlust irgendwo heute kommt auch 12.000 Köln mit der Kälte die auszahlen lassen das ist ja draußen der Bargasse versuchte zu dir das ist das Problem ist es so wichtig und denkt dass wir haben zweites Leben er war auf der andere Seite das Sound sind zwei können überraschen kommen überrascht die komm jetzt von hinten und dann machen die weg dann hat er gesagt ja hier und dann rechts bis zur Anzeige die Haare steh ich schon auf dem Hinzeln da kann die ja da ich hab grad lecker weil mir stand da nämlich da und ich wollte natürlich erschießen Fran hat das Spiel verlassen oh Fran so eine Schatz ein ganz ein sich ganz hinten hast du geschossen scheiße ich bin ja ich bin Gast naja lauf oh ja ich sag zwei die laufen auf uns zu quasi ne die sehen uns noch nicht können wir noch nutzen jo allgeholt mein Gott wir müssen weiter beschoss äh sind wir dann der Saun ja ah hinter uns ist der Gegner ja geradeaus vor uns auch sind auch zwei hinter dem Felsen links ich brauche eben ne Rüstung ja ich auch oh hinter uns die kommen die kommt Sven spiel jetzt nicht lecken das wir ganz freundlich wo kommen die hinter uns da wo wir weg kommen aus der Richtung ok andere Seite drei Stück drei Stück ja einer hab ich zweiten hab ich einer ist auch da ich lade nach ich lade ich auch ich höre ihn nicht mehr ich höre ihn nicht mehr ok der ist hier doch noch irgendwo links oder rechts kann ich nicht auch über uns klicken über uns ja er kommt Fabi ah ich bin da und ich bin da und rechts von rechts von rechts von rechts von rechts von rechts ja direkt bei mir 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 ja nice der lebt noch lebt noch lebt noch lebt noch der lebt noch Sven ich guck ob da noch jemand ist oha oh Sven ne 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 scheiße ah zweiter vorletzter scheiße fuck man ah scheiße zweiter ah ah verdammt man aber da stehen wir Sven lass wieder mal gucken im Gedenken oah schade aber war noch mal spannend am Ende holy oah ist eigentlich noch mal spannend das war die erste freu äh freunde die erste folge und runde wollte ich gleichzeitig sagen das war die erste runde und folge beides von warzone hoffentlich hat es euch gefallen wenn ja lasst uns wissen mit einem like wenn ihr mehr sehen wollt wir werden noch mehr machen deswegen gern ein abo da lassen und bis zum nächsten mal haut rein der erste ist auf jeden fall drin ihr habt gesehen was für noobies wir mit 2 plus machen können also auf jeden fall bis zum nächsten mal haut rein ciao bis dann ciao bis dann 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 bis dann